Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Es ist November, das heißt es wird draußen kälter. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann ist es so eine Mischung aus Regen und Schnee. Also matschig und ungemütlich und dementsprechend gucken wir uns natürlich Filme an, die ähnlich kalt sind. Wir reden nämlich über Shambhala, einen Film aus Nepal. Das war der erste Film aus Nepal, der im Wettbewerb der Berlinale in diesem Jahr lief. Und es ist auch die Einreichung von Nepal für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars 2025. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich nämlich zusammen mit Kathi. Hallo. Alli, hallo. Ja, wenn ich da raus schaue, dann ist alles ein bisschen angezuckt. Also ein bisschen Schnee liegt bei mir sogar. Ah, sehr schön. Ich bin Johannes und Kathi, du kannst uns bestimmt sagen, worum es in diesem zweieinhalbstündigen Road-Movie, könnte man sagen, geht. Ja, so hätte ich es auch beschrieben. Also es geht um Pema, man spricht sich anders aus, aber P-E-M-A. Und am Anfang spielt in Nepal und heiratet drei Brüder. Und der eine ist Mönch, der andere geht nach der Schule, der ist ganz jung. Und der dritte ist, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich jetzt gesagt, einfach mal Händler oder sowas in die Richtung zumindest. Und die kriegen dann einen Brief von irgendeinem Handelspartner und reiten dann mit ihren ganzen Jags und Gefilde reitet dann der eben mit seinen ganzen Leuten dorthin zu handeln. Und in der Zwischenzeit bleibt sie halt mit dem Jüngsten zurück, weil der andere ist auch wieder im Kloster. Und dann entspricht sich dem Dorf so ein bisschen ein, nennen wir es mal so ein typisches Dorfleben mit sehr vielen Gerüchten und hinterm Rückenreden. Und wie dann die ganze Handelsgruppe wieder zurückkommt, ist ihr Mann nicht dabei und sie begibt sich dann auf die Suche nach ihm. Mit der zusehenden Schwierigkeit, dass sie auch schwanger ist. Und ja, versucht halt ihn wiederzufinden und will da Sachen gerade rücken, die vielleicht über sie und ihre Familie geredet wurden, die vielleicht stimmen, vielleicht nicht stimmen. Und macht das mit der Hilfe von eben einem ihrer drei Ehemänner, dem anderen Bruder, dem der Mönch ist. Und mit dem beginnt sie eben auf die Reise durch diese wirklich wunderschönen Landschaften, durch diese Berge dort, um ihren anderen Mann, den Tasche, wiederzufinden. Sehr schön. Ich habe auch, bevor ich wusste, okay, wir besprechen den Film, ich habe mir ganz kurz durchgelesen, worum es geht. Und dann wurde halt auch beschrieben, relativ früh in dem Text und dann immer, okay, sie begibt sich auf die Reise. Das habe ich schon so betont, der Film geht zweieinhalb Stunden. Es dauert ja überraschend lange, bis sie sich auf den Weg macht. Es dauert überraschend lange, bis der Name des Films kommt. Das ist wieder so ein Drive-My-Car-Ding. Ich glaube, nach 50 Minuten kommt das der Titel des Films. Genau. Vielleicht, ich bin gerade überlegen, wo fangen wir an? Ich finde das ganz spannend. Ich meine, das ist das Schöne an Film allgemein, aber auch, dass wir hier im Podcast über solche Filme reden. Weil es ist für mich das erste Mal, dass ich einen Film aus Nepal gesehen habe und dann so einen Einblick bekommen habe. Weil ich finde, der Film hatte so von der Inszenierung für mich so einen super dokumentarischen Stil. Weil wir halt ganz lange immer dieses Dorfleben und dann halt ihre Reise sehen. Ging dir das auch so? Ja, also ich fand das alles so total faszinierend. Also ihr ganzes Leben dort und wie das abläuft. Und ich finde auch, der hat so eine, ich weiß nicht, ob es einfach die Landschaft ist, weil doch alles sehr karg und karl und teilweise auch mit Schnee und so ist. Aber der hat irgendwas Distanziertes und irgendwas Kaltes an sich von der Art und Weise, wie er Sachen zeigt. Also auch, also so wirkliche Gefühle, würde ich jetzt sagen, gibt es dort nicht wirklich zwischen irgendjemandem. Zumindest alles, was damit zu tun hätte, wird gesteht oder zeigt man nicht. Und deswegen ist das alles auch sehr distanziert. Vielleicht wirkt deswegen wie eine Dokumentation ein bisschen, weil es diese ganzen, ich sag jetzt mal, typischen Filmelemente, dass man auf jeden Fall mit irgendeinem connecten muss, sollte. Auf die Art und Weise nicht, was nicht heißt, es funktioniert nicht, sondern auf diese typische Art und Weise halt irgendwie nicht gibt. Total, also der Film ist ja ganz lange auch dann diese Alltagsbeschreibung, wie läuft dieses Leben im Dorf ab, in dieser kargen Landschaft, wie überlebt man da quasi, ne? Also was muss man alles machen, um da diese Natur vielleicht so ein bisschen, na zu bändigen ist zu viel, aber damit zurecht zu kommen. Und ich fand es auch spannend, genau, die Figuren, also auch die Kamera, die bleibt ja immer relativ weit entfernt von den Charakteren. Also sowohl von Bema, als auch von dem Mönch, der Karma heißt und auch den anderen. Also was ist, der bei mir den Untertiteln ist, weil sie generell auch über Karma reden, weil das halt auch, also sie sind Buddhisten, glaube ich, stimmt das? Und dass halt eben Glauben auch viel zu tun hat, also mit Karma und dann heißt der Typ aber auch noch Karma und es war halt mit Untertiteln. Und manchmal war ich dann so, okay, reden sie jetzt über ihn oder reden sie über das Karma allgemein? Was meinen sie jetzt damit? Vielleicht ist das in ihrer Sprache, sind das vielleicht zwei stelle Wörter und nur die Übersetzung ist, das weiß ich nicht. Aber das war einfach so, geht es um ihn oder geht es um das Allgemeine? Was wollt ihr mir jetzt sagen damit? Total und ich finde, also es gibt auch so ein, zwei, ich würde sagen, weiß ich nicht, Traumsequenzen könnte man es vielleicht nennen. Aber auch abseits davon, der Film hat trotz dieser sehr irgendwie klaren, naturalistischen Inszenierung immer so einen leicht, weiß ich nicht, spirituellen Charakter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch an so einem, vielleicht von, also ist das irgendwie meine Perspektive, vielleicht von so einem westlichen Blick, dass man irgendwie schon sowas, das ist was Exotisierendes hat für mich erstmal nach dem Motto. Also wir sehen hier Menschen, die halt irgendwie im Einklang mit der Natur leben, was wir so nicht gewohnt sind? Ja, vielleicht, das ist eine Beobachtung. Aber ich meine, sie machen ja auch keinen Hehl draus, weil wie gesagt, der eine Bruder, der eine Mann von ihr ist ja auch Mönch und das spielt ja in seinem Leben ja auch eine große Rolle und das wird ja auch viel thematisiert und so. Also ich würde schon sagen, dass es eine große, vielleicht nicht zentrale, aber schon eine große Rolle, zumindest in seinem Handlungsstrang halt spielt, dieses ganze Spirituelle und so. Voll. Jetzt ist der Film ja relativ lang und auch die Szenen sind super lang. Also da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, es ist kein Film mit Tempo. Also für mich hat sich so eine Szene irgendwie eingebrannt, als sie sich von ihrem Ehemann Tashi verabschiedet, dann laufen da ganz viele von diesen Yaks lang. Also die machen sich sozusagen auf den Weg und diese Szene geht wirklich super lang und ich habe mich gefragt, sind das wirklich so viele Yaks oder haben sie die einfach irgendwie im Kreis geführt? Fand ich super spannend und das ist wirklich der ganze Film, der ist super langsam und das, ich weiß nicht, ob es meditativ ist, könnte man sagen, aber da muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen, wie ging dir das? Ja, auf jeden Fall. Und der hat auch wenig Dialogs im Allgemeinen. Also das sind teilweise echt Szenen minutenlang oder auch verschiedene Szenen minutenlang teilweise, wo es keine Gespräche, gar nichts gibt. Vor allem, wenn sie dann irgendwann allein unterwegs ist und so, wo sich halt wirklich außer Landschaft, außer die Person, die sich da drin bewegen, nichts tut. Oder halt zumindest auf der sprachlichen Ebene. Finde ich auch super spannend, aber passt auch zu dem ganzen Tempo von dem Film und generell zu der ganzen Inszenierung, zu dem ganzen Distanzierten, finde ich, passt das auch irgendwie, dass die Figuren gar so wenig Sprechzeit haben, man gar so wenig von ihnen erfährt. Also weder was wirklich ihnen vorgeht, was sie denken, was sie, es fällt auch, glaube ich, zweimal der Satz, so stellt keine persönlichen Fragen. Und das beschreibt das alles irgendwie ganz gut, weil man halt wirklich ganz, ganz wenig von ihnen weiß, weil sie halt eben nicht kommunizieren miteinander. Und das kann sehr frustrierend sein, macht es aber auch irgendwie spannender durch. Das stimmt. Ich finde halt durch diese karge Inszenierung und das auch, ich weiß gar nicht, ob man, ob wir die Protagonistin überhaupt mal, also ob sie mal quasi in Richtung Kamera blickt. Ich habe die ganze Zeit so Erinnerungen an sie, wie sie im Profil ist. Also wie wir sie halt so von der Seite sehen und das sind gefühlt ganz, ganz viele Szenen. Hat das für dich funktioniert, mit ihr dann trotzdem zu connecten oder eher nicht? Ja, also teilweise schon. Was mein größtes Problem an dem ganzen Film war, ist, dass ich oft nicht wusste, wann und wo und wie wir sind. Also es hat ein bisschen schwer gemacht, das alles nachvollziehen, weil man weiß irgendwie nie, wie viel Zeit ist vergangen. Und vor allem dann auf ihrer Reise, auf ihrer Suche nach ihrem Mann. Man weiß nie, wie viel Zeit ist vergangen. Dann kommen auf einmal, kommt dann ihre Mutter und noch ein anderer Typ aus dem Dorf. Und man weiß nicht, wie weit sind die jetzt weg? Wie haben die die wieder gefunden? Warum sind die da? Die können doch jetzt nicht so weit vom Dorf weg sein. Aber müssen sie doch irgendwie, weil sie suchen den. Ja, da hilft es ja auch nichts, wenn sie jetzt vor ihrem Dorf irgendwie campen die ganze Zeit. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht, dass ich mir so gedacht habe, okay, wo sind wir jetzt? Wann sind wir jetzt? Und warum? Also warum war meistens klar. Aber irgendwie hat mich das dadurch vielleicht ein bisschen rausgebracht, dass es alles nicht ganz so funktioniert hätte, wie es vielleicht funktionieren hätte können. Weil ich habe eigentlich nichts gegen dieses ganze Ruhige, dass es alles ein bisschen reduziert ist, dass auch gar keine Musik ist. Also sie spielen halt selber irgendwie auf ihren Instrumenten. Gegen das habe ich eigentlich gar nicht. Das funktioniert bei mir normalerweise auch sehr, sehr gut. Aber da irgendwie sich mit Daune Gedanken drüber gemacht habe, wie ordne ich das alles eigentlich ein, hat mich das vielleicht auch ein bisschen rausgerissen. War es bei dir ähnlich, oder? Total. Also irgendwie ist es irgendwie auch eine Qualität, dass man sich da irgendwie immer selbst verorten muss, weil sie ja immer in dieser unwirtlichen Natur ist, wo sie sich ja scheinbar auskennt, aber wir natürlich nicht. Also wir sehen halt diese kargen Felder, wir sehen Gebirge im Hintergrund, wirklich Panoramen, wo ich denke, holy moly, ist das schön. Also wenn ich hier irgendwie aus Land rausfahre, dann sehe ich halt platte Felder und einen Wald vielleicht. Das ist halt im Vergleich dazu ganz schön armselig. Also das ist halt schon super schön, aber auch gerade, ich musste auch an die Szene mit der Mutter denken, weil irgendwie plötzlich ist die Mutter da und ich so, hä? Genau, ja. Und die Mutter ist auch nicht mehr die, also no offense, aber die Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste halt. Ja, ja. Und also so eine Reise da auf sich zu nehmen, ist, selbst wenn man weiß, wo man hingeht und was die Umstände sind, glaube ich, halt auch nicht einfach und vor allem auch sehr körperlich anstrengend. Vor allem, wenn du auch nicht weißt, also die kann ja nicht wissen, wo sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die genau wusste, wo sie hingehen muss, weil die ja auch nicht wussten, wo sie hingehen, weil sie in Tasche ja suchen. Das heißt, die wussten ja auch nicht, wo es sie hintreibt. Ja, und auch das Ende hat sich dann irgendwie super abrupt angefühlt. Das war irgendwie ganz kurios, dass man quasi sehr lange wartet, dass Dinge passieren. Und dann passieren wirklich immer sehr, sehr kleine Dinge. Also auch, es gibt dann halt, wenn sie mit ihrem zweiten oder dritten Ehemann, je nach Perspektive, also dem Mönch, auf Reisen ist, die nähern sich an. Also das ist ja schon irgendwie sehr typisch Roadmovie-mäßig, dass sie am Anfang sich nicht verstehen. Und dann gibt es immer so natürlich so ein paar Szenen. Und okay, sie lernen sich kennen und sie gehen aufeinander ein. Das sind dann so kleine Momente. Das Ende war dann aber gefühlt so, huch, jetzt ist es aber dann doch schnell vorbei. Ja, ja, absolut. Und auch, also das Ende war dann wirklich so, okay, was genau ist jetzt passiert? Also, wie endet das für die alle? Ist auch nicht ganz klar, finde ich. Ja, also, ja. Weil doch dann auch mit der einen Szenen erst am Schluss noch, aber da bleiben trotzdem so viele Fragen noch offen, die, ja, einfach nicht beantwortet werden. Ob man das jetzt mag oder nicht mag, ist natürlich immer stark subjektiv, aber die bleiben halt einfach so und da kriegt man auch keine Antwort drauf. Und da wird man auch, glaube ich, nie eine Antwort drauf kriegen, weil ich glaube, bezweifle, dass es dann den zweiten Teil gibt. Total. Der setzt da wirklich sehr auf Understatement und dass wir uns halt Gedanken darum machen, wie halt auch irgendwie bei der Gefühlswelt von ihr, beziehungsweise auch was zum Teil los ist. Weil wir wissen, dass sie schwanger ist, wir wissen aber zum Beispiel nicht ganz genau, von wem das Kind ist. Und das sind dann auch diese Gerüchte, die halt da sind. Das ist ja auch so ein, ne, das fand ich ganz spannend, dass sowohl diese Roadmovie-Struktur als auch dieses, oh, jetzt wird hier irgendwie ein bisschen getuschelt. Das hätte auch so irgendwie in einem Caf in Bayern sein können nach dem Motto, aber nein, jetzt hat die Liesl hier, hat die ihren Manfred betrogen oder wie? Ja, genau, 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 ja. Das ist halt so typisches Dorfleben eigentlich, wo dann irgendwie Gerüchte verbreitet werden oder auch nicht Gerüchte, weil es auf jeden Fall wird geredet über Menschen, die vielleicht ein bisschen aus dem Normalen herausfallen, auch wenn es nur ganz, ganz bisschen ist, und sich irgendwas, und anfangs gesagt, zu Schulden kommen lassen. Und das ist wieder schon mal ein Star, nicht anders wie in Nepal anscheinend, wo genau das gleiche passiert und es genau solche Tratsch-Personen gibt, die alles, die zu allen und zu jedem eine Meinung haben und diese auch Hund tun müssen. Voll. Auf der Website des Verleihers steht auch, dass Pema eine unverwechselbare, starke und moderne weibliche Hauptfigur ist. Das hat, also ich würde sagen, zumindest gibt der Verleih dem so ein bisschen so einen feministischen Touch. Würdest du das auch sehen oder ist das eher drauf gedrückt? Das habe ich mir den ganzen Film überhaupt überlegt, weil an sich wird sie als Frau ja schon sehr respektiert. Also es gibt jetzt keine, vielleicht gegen Schluss dann, aber zumindest über lange Zeit gibt es keine Szene, wo sie jetzt irgendwie, abgesehen davon, dass halt dann über sie geredet wird, aber wo sie irgendwie, ich sage jetzt mal, schlecht behandelt wird oder irgendwie oft sie hinabgeschaut wird von ihren Ehemännern oder so. Also in dem Sinne schon, ob das jetzt wirklich eine, ich weiß nicht, das ist, ich würde sagen, nicht eindeutig auf jeden Fall, weil ja doch sehr viel dann doch zu ihren Ungunsten passiert, was nicht heißt, dass sie nicht irgendwie feministisch oder was auch immer ist, aber dann hat er doch so ein paar Anleihen, vor allem dann auch gegen Ende hin und so, wo ich mir denke, vielleicht doch nicht. Ich finde, das ist ein interessanter Film, sowas zu diskutieren, glaube ich, da müsste man aber, glaube ich, bräuchte man mehr Zeit und es müsste sich dann noch tiefer irgendwie reingraben und mehr Leute, die auch Ahnung haben. Aber das ist, finde ich, ein sehr unendeutiger Film, was das angeht. Total. Also ich fand das auch spannend. Also allein deswegen quasi, also ne, sie hatte ja auf jeden Fall erstmal diese Stärke, dass sie als schwangere Frau auch beschließt diese, also das ist ja wirklich eine harte Reise, weil sie geht da alleine beziehungsweise zu zweit durch diese kalte Landschaft und das halt noch, also ich weiß nicht, ob ich das schaffen könnte, in meinem aktuellen gesunden Zustand, was sie da auf sich nimmt. Also da erstmal Hut ab. Und ich finde, also die Ausgangslage ist ja auch schon interessant, weil ich glaube, man kennt das irgendwie vielleicht aus Ländern, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Hier ist es ja andersrum, auch wenn das weniger so, also keine Ahnung, es ist nicht so ein Klischee-Harem, sondern es ist ja wirklich eher so ein, ich weiß nicht, es hatte eher was von WG-Leben, auch weil ja gerade einer ihrer Männer ja noch minderjährig ist und sie dann eher ein bisschen so eine Mutterrolle annimmt. Aber ich fand es ganz lustig, wie das dann auch ihre Mutter am Anfang kommuniziert, auch zu sagen, ne, also kümmer, du sei schon eine gute Ehefrau, aber lass dich da auch irgendwie nicht unterbuttern. Also zeig dir Männern auch schon so ein bisschen, wo der Haken hängt. Das meine ich ja, weil sie gesagt hat, meine Tochter ist keine Dienerin und so und auch bei der Hochzeit dann, die können schon warten auf die Braune und deswegen meine ich ja, dass der in diesen Anleihen schon, dass sie da viel, auch koloriert anscheinend viel Respekt bekommt, einfach so als ihre Rolle in dieser Gesellschaft, was ja schön ist, aber dann halt doch immer auch wieder so anders und du denkst so, okay, das ist alles doch nicht so eindeutig und so, was natürlich auch gut ist, dass es diese Gantengänge gibt, weil sonst wäre es ja auch fad, wenn alles so, hau drauf, okay, dass es genau so wäre. Aber ja, deswegen habe ich gemeint, dass es auch eine interessante Frage ist und interessant darüber vielleicht mehr und tiefer zu reden, aber ich weiß nicht, ob das hier der Ort und die Zeit dafür ist. Nee, nee, das stimmt. Ich meine, das ist ja genauso wie dieser spirituelle Aspekt. Also das muss man glaube ich auch sagen, gilt wahrscheinlich für viele von uns. Ich habe mich mit ganz vielen Ländern noch nie auseinandergesetzt. Das gilt dann natürlich für Länder irgendwie aus Südamerika, Afrika oder halt auch stellenweise Asien. Ich habe keine Ahnung von Nepal. Ich habe keine Ahnung von der Kultur, die da quasi gelebt wird. Also auch Buddhismus haben wir alle wahrscheinlich schon mal von gehört und so ein paar irgendwie Catphrases gehört. Aber was da vielleicht wirklich für Gedanken hinter stecken, da ist das irgendwie, also das wird im Film ja, wenn alles nur angedeutet, was irgendwie spannend, also ich finde, das ist so ein Film, wo man glaube ich danach tatsächlich das Interesse hat zu sagen, okay, was hat es vielleicht damit auf sich? Was steckt dahinter für kulturelle, religiöse, philosophische Gedanken? Ja, das habe ich mir, wir haben im Film mich auch gedacht, da war ich manchmal oder an vielen Stellen wirklich so, okay, ich glaube, mir fehlt einfach der Kontext dafür. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber ist es wirklich die Aufgabe des Films, mir da jetzt für alles Kontext zu geben, nur weil ich es nicht kenne? Weil ist es ja auch nicht. Weil in Nepal, wo das gedreht wurde, wo das ein Film aus dem Land ist, ist das halt die Norm, oder ich sage jetzt mal, das, was man kennt, so wie es bei uns halt dann das Christum, was auch immer wäre. Und da wir würden ja auch nicht, in Deutschland oder wo auch immer jetzt im Film, wenn die dann in die Kirche gehen oder was immer, würden wir ja auch nicht erklären, was da jetzt passiert. Oder wir würden ja auch nicht erklären, was Weihnachten ist oder was auch immer. Weil wir es halt kennen. Deswegen habe ich mich so gefragt, manchmal war ich so, okay, Kontext, wenn nicht, dann war ich so, aber es ist doch nicht die Aufgabe zu diesem Film, weil es ist keine Doku und es ist einfach ein Spielfilm, mir das jetzt zu erklären, was sie da machen. Und nein, ist es nicht. Und wie du meinst, jetzt habe ich auch Interesse daran, mich vielleicht da ein bisschen einzulesen und zu erfahren, was das alles actually für eine Bedeutung hat und so. Ja, das ging mir auch so. Dadurch gibt es auf jeden Fall eine Hürde, gerade wahrscheinlich für uns als westliches Publikum. Aber es hat schon, also ich finde, es ist fast so ein Appetitanreger, auch wenn der Film an sich ja schon, also man muss sagen, ich hatte auch Momente in diesen zweieinhalb Stunden, wo ich echt abgeschwiffen bin. Weil ich glaube, das lässt sich, glaube ich, gar nicht verhindern. Aber man fängt dann an zu seinen eigenen Gedanken über den Film und was dort irgendwie passiert, auch über Spirulität oder auch über das Leben und den Tod irgendwie gesagt wird. Dann schweifen die Gedanken in diese Richtung halt ab, weil man das halt gerade irgendwie sieht. Auf einmal denkt man sich so, ist mit so seinen eigenen Gedanken, aber über diesen Film wird sich so, oh ja, man könnte das so sehen und so sehen. Und dann so, ah, warte mal, da waren wieder Untertitel. Vielleicht soll ich doch wieder aufpassen, was hier passiert. Voll. Aber ich finde das eine ganz spannende Erfahrung. Und ich finde, also das ist im Kino, glaube ich, ein interessantes Erlebnis. Vor allem, weil es halt so wenig Dialog und anderes oder auch keine Musik und so gibt. Und ich glaube, der hat im Kino eine ganz andere Wirkung, wenn man wirklich so in einem dunklen Saal irgendwie sitzt und dann auf dieser Leinwand dieses doch sehr meditative Erlebnis hat. Aber war auf jeden Fall, also mir hat der sehr gut gefallen, glaube ich. Ich muss auch drüber nachdenken, ist doch ziemlich frisch. Aber ist auf jeden Fall, wie du auch schon meintest, vielleicht ein bisschen eine Hüte, A, die zweieinhalb Stunden und B, das halt wirklich doch stellenweise sehr langsam und sehr zurücknehmend ist. Ja, perfekt. Dann können wir, glaube ich, auch quasi zum, das war ja quasi schon dein Fazit, oder? Das war quasi mein Vater, das stimmt, ja. Mir ging es auf jeden Fall ähnlich. Ich finde, es war eine super, nee, spannend ist das falsche Wort. Das muss man schon sagen. Aber es ist eine super interessante Erfahrung tatsächlich gewesen. Also es ist, glaube ich, nicht ein Film, den ich jetzt nochmal sehen muss. Also, beziehungsweise man müsste ihn wahrscheinlich nochmal sehen, um da wirklich tief reinzudringen. Ich glaube, Sven, das hat ihn nochmal zu sehen, nachdem man sich mit dieser ganzen Kultur vielleicht beschäftigt hat. Vielleicht, um dann mehr zu verstehen, was passiert. Total. Aber ich finde es einfach schön, dass ich den gesehen habe. Und das ist irgendwie total faszinierend. Und er hat halt wirklich ganz schöne Einzel... Also es gibt wirklich in diesem Film, werde ich, glaube ich, auch mich jetzt schon an vieles nicht mehr erinnern, aber es gibt, finde ich, so einige ganz starke, einprägsame Szenen. Und das ist sehr, sehr schön einfach zu sehen. Ja, also ich freue mich einfach, dass ich den Film gesehen habe. Und genau, ich glaube... Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Besprechung mehr Wörter hat, als der ganze zweieinhalb Stunden Film. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Aber ich finde es auch schön, diese Besprechung hat, finde ich, hat dem Film nochmal was gegeben, finde ich. Das freut mich gerade auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Weil es ist auf jeden Fall interessant, auf Filmen drüber zu reden. Total. Ja, sehr schön. Dann haben wir es jetzt, den Film. Shambhala, könnt ihr seit dem oder ab dem 21. November in den ausgewählten, oder ich würde sagen, in ausgewählten Kinos sehen, weil der garantiert keinen großen Release haben wird, sondern wenn er im Programmkino in eurer Nähe laufen wird. Schaut da mal vorbei. Wenn ihr im Mut seid, wirklich so einen langsamen Understatement-Film zu gucken, dann macht das auf jeden Fall. Ansonsten, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ihr könnt gerne uns natürlich auch aus Spotify und iTunes kommentieren und bewerten. Und schaut auch gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Da tauschen wir uns immer über alle möglichen Filme, Serien, Comics und was es sonst noch so gibt aus. Und dann haben wir es, glaube ich, erstmal. Kathi, ich danke dir für die tolle Besprechung. Gerne, gerne, danke dir. Und dann hört auch in die nächste Folge rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.